Dein neues Bike. Deine Fragen. Die erste Frage ist von Anita aus Luzern. Sie hat gefragt, ob man den Africa Twin tausende Rollen auf kleine Beine einstellen kann. Klar kann man das. Es ist eigentlich ganz einfach. Man kann die Feder ein wenig weiter runterlassen, man kann die Gable weiter runterlassen, man kann auch den Satel ausnehmen und es gibt sogar spezielle Sachen, die man hier in den Dörf weiter runterlassen kann. Und darum gibt es den Dörf auch für kleine Leute.